so aufnahme läuft gut wir haben jetzt also hier der kleine typ hier drüben neben mir der silvester und ich der darwinzer haben jetzt ein bisschen spaß im armer altes show und zwar ihr seht es ich habe 96 bomben der silvester oder hat wie viel hast du? ja so heiß ich ich habe 88 88 und die dinger werden wir jetzt hat die luke schließen? ja du kannst hier die luke schließen das ist hier von dem hier brauchst du hier von dem ding äh ne scheiß drauf doch hier ah da drüben ah ok wusste ich gar nicht jedenfalls warte mal jetzt mach die luke auf ja aber man hat von dort eine scheiß sicht die steine genau super planung mal wieder also die bomben sind auf jeden fall koordinierter gelegt hast du eigentlich auch welche an den ghost talk gelegt? ja da liegen auch welche du siehst auch die bomben an den hinteren panther nicht ok äh bist du da? ich stehe hinter dir ah da hinter mir ja hier übrigens der typ steht hier nackt ja da muss man eigentlich dafür erschließen du übrigens auch ne ich hab ein presse klamotten ja bestimmt kennst du ja auf 1 ja genau auf 1 3 2 1 wow alter komm mir die dinger fliegen hast du was gesehen? aber das waren zwei wellen bei mir also einmal kamen da und dann kamen die Das hört sich falsch an, aber das schönste Lagerfeuerchen. Ja, also. Da explodiert immer noch irgendwo was. Oder ist das nur bei mir? Ne, ne, ich hör das immer noch. Ist das? Keine Ahnung. So, und zur Feier des Tages jetzt, so? Wag es dich. Warte mal, wie sieht denn das eigentlich in der Thermo aus? Night Vision, Thermo schwarz, boah, guckt mal hier. Ja, Klaz, Kopp. What the fuck? Alter, wie du fliegst! Alter, ich glück hatte ich das noch drauf. Oh, nice. Alter, Vater. So, also, hier passiert nichts mehr? Ne. Jetzt alles... Alter, was explodiert denn hier noch? Keine Ahnung. Ah, ich weiß, was das ist. Da sind die Echos, glaube ich. Hier ist ein... Nein. Hier lehnt zum Beispiel ein Hunter an einem Panzer und die explodieren immer noch nach. Okay. Zumindest sah es ebenso danach aus. Warte mal, stimmt, wir müssen uns eigentlich noch die Trümmer anschauen. Nein. Warte, was ist denn hier hinten explodiert? Keine Ahnung. Was hast du hier hinten noch gelegt? Übrigens hier... ...sinn auch der Aufnehmende. Hier hinten liegt ein Spider. Ach so, die Strider? Warte mal, die hast du da vermint, oder? Ja, die habe ich verdient. Ja, da hast du nicht gesehen, wie die geflogen sind? Doch. Oh Gott, Alter, ich glaube, ich verbrenne... Alter, guck mal, hier liegt ein Hunter. Alter, wieso lebe ich noch? Guck mal her, hier. Was hast du denn da dran gelegt, bitte? Unter jeden habe ich vier Stücke gelegt. Warte, Rucksacksspringladungen? Ja, Rucksacksspringladungen. Ach du Scheiße, ey. Ich habe selbst unter die gepatzerten Fahrzeuge nicht so viel gelegt. Wo bist denn du? Stehe hier hinten, wo das... Der Mörser steht. Ach so, Alter, guck, wo der Hunter liegt. Hä? Liegt bei dir auch einer? Hier steht einer. Da, wo eigentlich... Der vor dem Bobcat. Hier. Ja? Rechts. Hä? Hier. Wo bist du hier? Hinter dir jetzt... Ich bin tot. Ich bin tot. Warte mal, soll ich spawnen? Oh Gott. Ey, ich habe es auf dein Respawn eingestellt, ach egal. Okay, warte mal. Doch, das Ding steht immer noch. Guck mal da. Ach so, ich... Da ist ein Hunter-HMG, wenn ich mich nicht gerade verlesen habe. Ja, komm mal mit. Da steht ja standardmäßig auch nicht dort. Und die Dinger hier haben wir vorher in die Luft gejagt. Ja. Aber hier liegt ein Strider und da vorne liegt... Ein Ifrit. Ein Ifrit. Ein Ifrit. Nett. Oh, warte, hier fehlt noch ein Strider. Da vorne steht was. Ach, da. Also normalerweise stehen die Strider hier. Ja, genau. Jetzt stehen die da. Oh, warte, der eine steht hier so leicht. Genau, also hier so stehen die Strider, danach die Ifrids und die Hunter. Sag mal, stimmt die NATO-Nachschubbox immer schon hier? Die eine steht dort, ja. Ah, okay. Stehen ja mehrere rum. Ja, also das passiert, wenn... Über knapp 200. Ja, wenn fast 200 Sprengladungen in die Luft fliegen hier. Und man kann auch teils erkennen, welches seine sind und welches meine. Boah, Alter, ich krieg ja übelst Schaden. Boah, wir haben wie unterschiedlich die Sprengladungen gelegt. Boah, nee, sieht man doch nicht. Ach ja. Alter, wenn du... Alter, komm mal hier hinter das Gebäude und guck mal nach oben. Die Hochbeutel. Oh, nein. Alter, da. Vater, ey. Krass. Siehst du, das sieht man von unten gar nicht. Nee. Aber was ich witzig finde, der Zammack steht noch. Der steht genauso da wie vorher, oder? Ja, doch. Krass, und den Himmels sind... Alter, guck mal die Quads an. Sind die auch so bei dir auf der Nase? Mhm. Oh, Mann, ey. Dann das Gebäude. Dann die Mauer. Ja, also... Warte mal. Ich bin ja keine neue gespawnt. Guck dir mal da, wo die... Wo du Munition neu holen konntest und die... Ah so, da hab ich auch ein paar Sprengladungen gelegt, ja? Ach, verdammt. Die liegen auch durcheinander. Ich hab ja gar keine Dings mehr. Der hat das irgendwie nicht gespeichert, dass ich ein paar Respawn haben will. Was denn? Meine... Meine Sprengladungen. Ich hab meine. Alter. Ja, hier übrigens, äh, halt von dem Scho... Von dem Szenario, was wir hier benutzen. Äh, Chester's Stratus-Shorecase, wie gesagt. Er hat eine schöne Virtual Ammo-Box. Hier haben wir eine Sprengladung mit Journalisten-Kleidung. So, fliegt mit Snipergewehr. Und zum krönenden Abschluss... Sprengen wir das Haus. Genau, mal gucken, ob es ausreicht. Und hoffen es. Das funktioniert. Genau, jeder legt auf einer Seite das Komplett. Also vier Rucksack-Sprengladungen, acht normale Sprengladungen. Ja, das reicht. Wah, wir versuchen es einfach. Und wenn nicht, hat das Haus dann Glück gehabt. Na gut. Ich hab jetzt keinen Bock, ewig noch zu rennen. Wir wollen ja die Leute, die sich das anschauen, ja auch nicht. Äh, überstrapazieren. Jeder hätte nur vorher eine Warnung finden sollen, dass wir sie es nicht zu laut einstellen sollten. Stimmt, ich glaube, das muss ich noch davor setzen. So, hier übrigens, das sind jetzt vier Rucksack-Sprengladungen und acht normale Sprengladungen. So kompakt sehen die aus. Wir öffnen. Achso, ich hab die alle auf einen Fleck gelegt. Ey, wie kann man jemanden einsperren? Ja. Ich frag mich, ey, geh mal da rein und ich... Wir hätten da jemanden... Wir brauchen demnächst noch jemanden, der sich da rein stellt und guckt, ob er es überlebt. Ja, kannst du ja jetzt so machen. Nee, garantiert nicht. Drei ist ein dankbares. Überleg dir, was du sagst. Es wird alles aufgenommen gerade. Macht mir doch nichts. So. Da hast du schon gelegt. Ja, ich hab da komplett alles gelegt. Genau, also... Doppelt hält besser. Aber sollte eigentlich reichen, wenn ich mich recht insinne, reicht eine Rucksack-Sprengladung, um den Leuchtturm zu versinken. Wo bist du eigentlich? Wir können ja nachher nochmal den Hammet fliegen lassen. Gut, das kann man eigentlich auch machen. Komm, ich vermien den schon mal, während du da noch brauchst. So, meine zwölf Bomben sind gelegt. Okay, ich leg jetzt nochmal... Ich leg mich unter den Hammet und leg da schön mittig was drunter. Du weißt, dass du die mitsprengst. Ja, ich weiß. Okay, dann warte. Oder warte mal, ich leg unter die Vorderachse, du unter die Hinterachse. Ja, okay. Oder dran. In uns. Ah, ja, Mensch. Darf ich zünden? Nein. Das ist alles. Aber dann wäre auch nicht drauf, wie da hinten die Dinger in die Luft fliegen. Aber es wäre drauf, wie du tot bist. Ja, das wäre ja langweilig. Ja, du hast recht. Ich habe mich ja geärgert, dass ich heute früh nicht aufgenommen habe mit dem Überschlag mit meinem Hammet. Dat war zu witzig gewesen. Weißt du was? Ich leg 19 Springladungen unter die Hinterachse. Wie viel? Achso. Normale Springladungen. Ja, die kleinen. Du Honk. Wieso hast du schon wieder normale Springladungen? Ich habe mich verdrückt. Ich hatte das Profil rausgewählt, sagst du? Mhm. Wollte eigentlich nur eines dazwischen die Beine legen. Nein, egal. Ich bin gerade, wo ich mich jetzt am besten den verziehe. Damit wir es auch sehen. Damit wir es zum einen auch sehen und zum anderen nicht sterben. So, ich glaube... Kriegt man da beides drauf? Ja, kriegt man. Okay, super. Wo bist du? Noch nicht. Fertig. Mach hinne. Ja, Moment. Ich habe noch neun. Mach hinne. Ich habe keinen Bock zu schneiden. Ja, okay. In der Zwischenzeit. So. Wo bist du? Was, bist du schon fertig? Ja, jetzt bin ich fertig. Hier, guck mal hinter dir. Jetzt nach links. Geht doch. Da bist du. Äh. Ja, ist jetzt ewig kein Warthunder mehr gekommen? Liegt daran. Warthunder macht mir aktuell nie so viel Spaß. Ich habe ab und an mal noch gespielt. Erstens ein, zwei Tage Panzerwahl ging und dann so wieder, hm, äh, langweilig. Deswegen lange nichts gekommen. Und jetzt so mal für zu Storch nettes kleines Arma-Fun-Video. So, äh, ja. Wieder auf eins. Der Winzer, Sprengmeister, sag an. Genau. Drei, zwei, äh, eins. Okay, haupte ich immer noch. Ich glaube, da drin kannst du gar nicht springen. Aber jetzt gucken wir mal, wo ist... Ich glaube, der ist über die Mauer geflogen. Komm, wir suchen mal. Alter, guck mal, wir haben halt das geschafft. Sehr nice. Ja, hier, da lang die ganzen Sprengladungen. Hier stand der Hammett. Jetzt ist er hier. Falls ihr euch fragt, so, wieso lebt das Ding noch? Das Ding wird als Virtual Ammo... Weil es eine Virtual Ammo-Box ist. Leute, liegt ja an der Leiste. Ach ja, weil ich ja vorn verbrannt bin. Warte mal, äh... Sehr elegant. Ja, ja, warte. Lol. Langweilig. Ey, ich will mal gucken, ob du auch so fliegst. Ach, stimmt. Darf ich? Ach, schade. Ich wollte eigentlich... Wir müssen da oben auf den Felsen. Okay, noch einmal Felsen-Action. Hast du ein Fahrzeug? Nö, ist doch nicht weit. Warte mal, ich muss eben noch meine virtuelle Ammo-Box finden. Ja, da sehen wir seine Leiche vom letzten Mal. Wo ich ihm da oben die Luft katapultiert habe. Und irgendwas liegt da oben noch. Was liegt denn da? Ach, seine SW. Cheater, deine Waffe schwebt. Wenn er dann wieder hier hinrennen müsste und das dadurch noch länger dauern würde, würde ich ihm ja jetzt eine Kugel verpassen. Wäre nicht schlau gewesen, wäre, hätte ich da oben eine Sprengladung platziert. Die wäre aber schon lange in die Luft gegangen. Stimmt auch wieder. Lass das. Lass das, ich hab dich doch nicht mal getroffen. Weiß. Nein, jetzt hör mal auf. Ich will dich mal fliegen lassen. Sieht voll lustig aus, wenn du so getroffen bist. Okay. Du musst ein Stück runter. Genau da. Ich glaube, hier standest du. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingeschossen habe bei dir. Ich schieße einfach auf den Kopf. Okay. Ziellet das Tanks einstellen auf 100 Meter. Sag mal kurz wie. Als Hinweis. Jedenfalls hatte ich das vorhin. 100 Meter? Ja. Wie kriege ich denn das eingestellt? Bei mir ist Bild Hochbild runter. Wo wird mir das angezeigt? Ah, da oben. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, so, letzter Test. Ich hoffe, es funktioniert. Atme auf, nur mal sicher mal eben gehen. Was? Nach 40 Sekunden sind wir sowieso tot. Ach so. Ja, wenn ich nie vorher sterbe. Ja, warte. Ui! Aber du bist weiter geflogen. Ja. Ich hab's halt auch drauf. So. Hm. Sag, da kommen noch ein paar Sprengladungen hin. Ja, warte mal. Ich spreng mich in die Luft. Ach so, du lebst ja noch. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich hochfliege oder nicht. Ich hab's noch 10 Sekunden Zeit, um mich anzugucken. Ach so, wo siehst du denn nur den Zeitzender? Also den Ablaufen? 4, 3, 2, 1. Ach man, okay, man fliegt nicht. Nee. Dafür fliegt er, weil das Sliver getroffen wird auf kurzem. Entfernung. Mhm. So, spawnst du neu? Ja. So, das reicht jetzt aber auch. Auf jeden Fall. Weißt du jetzt nicht, wie lang das ist? Wir hatten eine Menge Spaß, das hier alles zu vermitteln. Jetzt ist alles verbrannt schon. Hier, die Dinger existiert nix mehr. Warte mal, ein was hab ich noch vergessen. Wir müssen mal ins Haus reingucken, die Fenster sind kaputt. Das war es dann aber auch, glaube ich. Oh Gott. Mein Typ ist besoffen. Finde ich irgendwie blöd, dass das Haus irgendwie nicht kaputt zu kriegen ist. Ja, guck mal hier, hier ist nicht mal... Guck mal hier, hier dann... Die komplette Sprengladung von mir lag hier. Auf dem Fleck. Nix da. Naja. Na, okay dann. Also. Zum krönenden Abschluss... Hoffen wir nicht weg. Nein. Zum krönenden Abschluss... Sag ich... Auf Wiedersehen. Der Silver Star... Weißt du, ich will auch Auf Wiedersehen sagen, oder? Ja. Okay dann. Auf Wiedersehen. Man sieht sich hoffentlich. Hoffentlich. Auf Wiedersehen wahrscheinlich nicht so oft, aber... Diejenigen, die altes Life mit mir spielen... Die werden mich ganz oft sehen. Ich werde das wahrscheinlich auch ins Forum posten. Macht Spaß. Haut rein. Der Typ muss sterben. Entkammt. Auf die Rechtsseite gedrückt. Also. Haut rein. Ciao. Ciao.